Guten Tag, da sind wir wieder mit Megamanics. Ähm, ja, ich bin anscheinend aber noch nicht durch. Nein, ich bin nicht mehr wirklich weit. So, ich habe das Mammut besiegt in der letzten Folge. Ähm, ich weiß nicht mehr, was das hier für ein Gegner ist. Gucken wir uns an. Aha. Attacks, Boomerangs, Cutter, Deadlift. Das klingt alles schrecklich tödlich. Ich hoffe einfach mal, dass durch den Tod des Schlammammuts dieses Level leichter geworden ist. Nee, ich glaube, das hatte ich auch bisher noch nicht genommen. Und der Gegner sieht auch ziemlich übel aus. Aber hey. Das wäre ein... Oh nein, doch, ich hatte dieses Level schon mal genommen. Okay, ähm, gucke ich einfach mal ab hier. Das war auch das mit den bösen, bösen Strahlen. Nee, das war das. Oh Gott. Ah. Ah, na komm. Und hopp. Und der ist tot. Und wir gehen weiter nach oben. Wieso reagieren die auf die kleinen Schüsse? Aber nicht auf den großen. Das ist... Ah. Ich sollte mich immer nicht über Stranger Scheiße aufreden. So. Aufgeladen. Und zäng. Tot. Hüpf. Und der da... Das war jetzt volle Konzentration. Yeah. Hopp. Und den Tank brauche ich nicht. Und wir gehen weiter. Den Teil habe ich dann mal akkurat gelöst. Nein, die Laserstränen sind immer noch da. Und... Hopp. Und hopp. Hopp. Nein. Oh Gott. Die fliegenden Viecher haben nur den Sinn und Zweck dazu, ähm... Naja, weh zu tun. So. Damit wäre ich da auch vorbei. Gott sei Dank. Oh Gott. Diese Turtles. Stirb. Ha. Genau das hätte ich jetzt gebrauchen können. Jetzt kommen wir gleich nochmal so ein Turtles. Na komm. Ha. 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 Oh Gott. Wie viel denn noch? Und... Stirb. Ja, es verlangt... Hier ein klein wenig mehr Tastendrückerei. Oh Gott, Stacheln. Das ist doch nicht euer Ernst. Instant Deaths. Ah. Genau, dich habe ich jetzt gebraucht. Dricks Gegner. Die treffen mich aber auch immer. Stirb. Nein. Verschwinde. Ja. So. Es läuft langsamer. Warum? Ah, weil ich es geschafft habe. Ha. Ich dachte schon, jetzt kommt hier eine schwierige Sprungpassage. Top. What the fuck? Und tot. Hä. Hopp. Geschafft. Und ja, noch mehr als dieser Kanon. Das war zu langsam. Oh Gott. Ich spring genau rein. Das war nicht sehr clever. Und wir starten wieder von ganz... Ja, diesmal nicht so ganz weit unten. Ich weiß ja, wie es funktioniert. Hopp. 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 Jetzt kommt die Kanone. Tod. Oder auch nicht. Machen wir es einfach so. Hopp. Und. Hopp. Hopp. Es läuft gut soweit. Hopp. Und. Jetzt noch. Ah, genau über mir. Das soll mich jetzt nicht stimmen. Einfach hopp. Nein. Ah. Jetzt. Okay, ich lasse mich einfach auf dieses Team fallen und zerstöre den Thorn. Na, ich klettere weiter. Okay, das ist jetzt auch nicht das Problem. Top. Aha. Top. Und ja, das ist jetzt auch tot und einfach hopp. Das war doch geschafft. Hopp. Hopp. Nein. Genau reingesprungen. Wie weit geht denn das hier noch hoch? Na. Ah, wie soll ich denn das schaffen? Was machst du denn? Kannst du auch tiefer fliegen? Nein, kannst du nicht. Drecksding. Ab. Ab. Und zack. Nein. Nein. Hopp. Ha. Geschafft. Mein Gott, das Level ist doch riesig. Weißt du jetzt? Hopp, hopp, hopp. Nein. Hopp, hopp. Nein. Oh, du Drecksding. Na. Aha. So. Wir haben es zum Endgegner geschafft. Der hat jetzt bestimmt... Ach du Scheiße, was ist das denn? Äh. Mega einfach. Dreck aber auch. Was ist denn das? Eine Kammer. Und da ist er. Und er zappelt ganz blöd. Und erster Schuss. Und... Wow. Das hat schon Schaden gemacht. Wir probieren es gleich mit meinen Special Attacken. Was macht er denn jetzt? Wow. Ah, fuck. Der wirft so rum. Wow. Äh. Feuer ist am wenigsten. Im Fall mein normaler Booster. Oder tut's. Nein. Äh. Nicht berühren. Okay. Ähm. Der sieht... Das ist eigentlich schon aus. Sein Bewegungsmuster ist auch ziemlich verrückt. Aber ich denke... Ähm. Ja. Ich denke, ich kann ihn besiegen. Mit dualem Versuch jetzt. Klar. Und ich hab natürlich meinen Schuss nicht aufgeladen. Sonst hätte ich gleich hier eine verpassen können. Schieße ich erst mal wie wild. Nein. Oh, genau rein. Na. Der landet immer direkt um mir. Oh, du Drecksvieh. Was soll ich... Was soll ich denn so scheiß? Komm mir nicht so nah. Na. Nee. Äh. Was soll ich denn machen? Wie bleibt der denn auf Abstand? Das ist doch asozial. Okay. Das waren wieder 10 Minuten meines Lebens. Nein. Nicht ganz verschwendet. Aber anscheinend hat es keinen Einfluss gehabt. Äh. Hier war ich schon drin. Ich glaub, das war das einzige Level, was ich noch nicht besucht habe. Vielleicht hat es ja Einfluss auf dieses Level genommen. Gegen wen kämpfen wir denn hier? Äh. Spark Mandrill. Huiuiuiui. What the fuck? Bin ich denn hier gelandet? Okay. Die kenn ich aus dem ersten Level, glaub ich. Wow. Nein, ich wusste schon... Oh, Gott. Oh, Gott. Stirb. Gibt es hier drüben und was? Nein. Dann gehe ich hier lang, weil ich, äh, auf Schmerzen stehe. Ja, das wäre nämlich zu einfach, die Strecke mal, die ich so gehen soll, lang zu gehen. Hopp. Ist gewichen. Na, du musst auch drüberspringen. Das geht immer so schwierig. Noch einen Schuss aufgeladen hat. Na. Reaktionsgeschwindigkeit. Bäh. What the fuck? Was ging jetzt ab? Oh, Gott. Was war das denn? Was ist das denn? Stürb. Nein. Boah. Ah. Ist das so ein Glöckchen oben? Ne, nur eine Optische-Technik. Diese Drecksviecher. Und hab. Mittlerweile kann ich diesen Sprung relativ gut und das sind wohl wahrscheinlich die unbefälligsten Gegner. Jetzt suche ich mir noch einen sicheren Punkt. Dann muss ich leider auch schon cutten. Na klar, direkt vom Zwischengegner. Stürb. Hallo. Nein. Ah. Tot. Ähm, ja. Das war die heutige Aufnahme von Darko mit Mega Man X. Vielen Dank fürs Zusehen. Oh, Gott. Ich kotze ab, weil ich wieder am Anfang bin. Bis zum nächsten Mal.